UNTERTITELUNG 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 Applaus 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 Bravo! Oh! Hey! Wo geht's gleich? Oh! Oh! Hey! 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 Wie geht's? Wie geht's jetzt? Hey! Hohohohoho! Es wird anfassen! Applaus Geh! 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 Aufhehr! 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 Die Meistern! Ich hab eine gute Stimme... Rüder! 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 Ich werd hier auch wieder eignet. Beine Kettbewerke auf 5 Uhr, Volker Astrid, Bayern Kiesner ausverlegt. Da kommt ihr Ergebnis. Sieger mit 2.21 Uhr. Und genau der deutsche Meister Eno, die Blau! Applaus 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 Applaus